Pokal! Im Ludwigspark! Pokal! Ich hab nen Ohrwurm, Tim Jürgens vielleicht. Ich hab mal anderen Ohrwurm, aber dazu später mehr, würde ich sagen. Genau, wir werden alles tun, um das jetzt aufzuarbeiten. Und alles Weitere zum Pokal, natürlich auch. Ayo, was geht? Ich fand es aber gut, dass du uns hier deiner Reibeisen-Lemmy-Killminister-Stimme eingeführt hast. Ja, danke. Die hast du aber nicht wegen dem 1. FC Saarbrücken, das müssen wir dazu sagen, sondern weil dein Herzensverein Schalke 04 am Dienstagabend auf St. Pauli 3 zu 2 genau verloren hat. Und deswegen hast du anschließend noch in Eimsbüttel die einstiegigen Kneipen ausgetrunken. So oder so ähnlich. Aber, was interessiert uns der FC Schalke 04, wenn wir an einem Morgen nach einer Beihandler-Marge hier sitzen dürfen? Achso, du gehst jetzt gleich in Medias Rees. Ja, natürlich. Schade, weil ich wollte gerade schon mal den Spieler des Spieltags nennen, oder des Pokalabends nennen, nämlich der heißt Tabakovic, der hat zwei Tore gestern Abend bei Herder BSC geschossen. Das wollte Max Dinkelacker, der da jetzt diesen Raum verlässt, weil es macht mich wahnsinnig, wenn er hinter der Kamera sitzt. Er hat uns unter Druck gesetzt. Er wollte so lange da sitzen bleiben, bis der Name Tabakovic gefallen ist. Ist jetzt passiert. Ja. Er hat, müssen wir dazu sagen, in vier Zweitligaspielen neun Tore geschossen. Also insofern hat es Hertha vielleicht tatsächlich das erste Mal geschafft, seit gefühlt 100 Jahren einen Spieler, der halbwegs brauchbar ist, einzukaufen. Ja. Und dann schauen wir mal, wie das weitergeht, damit Max jetzt weiterhin seine gute Laune bekommt. Genau. Jetzt aber zurück zum ersten Mal. Haken hinter Tabakovic, Fluppe aus. Und ... Vielleicht sprechen wir später nochmal über das Hertha-Spiel, aber auch in einem anderen Zusammenhang. Ja. Aber ausgegeben nur anders, würde ich sagen, räumen wir einen Löwenanteil unserer Sendezeit dem gestrigen Spiel zwischen Saarbrücken und dem FC Bayern München ein. Nach 288 Zweitligaspielen wird Marcel Gauss doch noch zu einem Fußballhelden und schreibt sich in die deutsche Fußballgeschichte ein. Kann man sagen. Man kennt ja diese Leute, Gerd Störzer, damals HSV gegen Epping und so weiter. Also diese Leute werden in 100 Jahren noch darauf angesprochen. Von Westenbergs Kreuz war Stein, oder, glaube ich? Friedhelm Funkel natürlich im Pokalfinale. Weiß ich nicht. Bei Westenbergs Kreuz weiß ich immer nur, dass Frank Schmidt auf dem Platz von Lothar Matthäus mit meinem Namen angesprochen wurde, was ihm unglaublich ein gutes ... Schon alleine das hat ihm ein gutes Gefühl gegeben. Ja. Das war Roland Stein. Das war Roland Stein. Also, zurück jetzt zum Spielverlauf gestern Abend im Ludwigspark. Ja. Was haben wir denn gesehen? Naja, wir haben erstmal eine Bayern-Mannschaft gesehen, die versucht hat, sich ein bisschen zu schonen. Tuchel ein bisschen rotiert. Kane erstmal nur auf der Bank, Musiala nur auf der Bank, Coman nur auf der Bank. Dafür kretzig von Anfang an. Ronassar durfte mal wieder mitspielen, wo sie vielleicht sogar jetzt am Ende doch ganz froh sind, dass sie ihn nicht abgegeben haben, weil sie einfach kaum noch Leute haben, die geradeaus gehen können. Und Bayern mit Schwierigkeiten in der ersten Halbzeit kassieren dann den Ausgleich nach der erwarteten Führung eigentlich. Ja. Also, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster hängen, aber wer hat's eingeleitet? Manuel Neuer mit seinem Abwurf. Ja. Aber man muss sagen, Manuel Neuer jetzt in zwei Spielen, ein Sieg an die Niederlage. Muss sich jetzt bringen, aber ist natürlich eine Frechheit. Gut, dann haben wir die zweite Halbzeit, in der Bayern dann mehr und mehr und mehr drückt. Das ist ein Spiel auf ein Tor, sagt Bastian Schweinsteiger ja auch danach, als er mit den Saarbrücken-Fans im Hintergrund noch versucht hat, irgendwie das Spiel zu analysieren. Hast du ja auch furchtbare Angst gehabt, dass sein schöner Mantel von der Firma Brax... Dass da irgendwer draufascht oder so, ne? Oder Bierflecken, Senf. Also, ich sah ja nicht... Schweinsteiger ist ja nun Fußballheld, ne? Jeder erinnert sich an das WM-Finale 2014, aber so ängstlich habe ich ihn lange nicht gesehen. Ja, ähm... Aber ich fand's schön, wieder diese Szenen zu sehen. Das hat auch so ein bisschen gefehlt. Äh... Sonst stehen da immer die Leute vor irgendwelchen Sponsorenwänden und jetzt hattest du da im Hintergrund, wie Olaf Thun beim Spiel gegen Bayern damals, als die Fans ihn hochleben lassen und Rolf Topper wie noch irgendwie dazwischen steht. Ähm... Das war ein bisschen oldschoolig irgendwie. Das Verrückte war an diesem Spiel, dass es den Bayern-Dusel ja komplett umgedreht hat. Genau. In der zweiten Halbzeit... Äh... Ich hab's gerade gesagt, Spiel auf ein Tor eigentlich dann, ne? Bayern durchgehend an. Ähm... Der Torhüter Schreiber, der erst vor kurzem sein, 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 äh... Drittliga-Debüt überhaupt gegeben hat, wie ich gehört habe. Ähm... Hat gut gehalten. Hat sogar ein bisschen verhält... Hat so einen Wahnsinnszack. Hat sich, glaube ich, sogar fast noch am Ende fast verletzt. Und dann, ja, in der 94. Minute war es, glaube ich, äh... Marcel Gauss. Ja. Wer kennt ihn nicht? FC Neustadt. Äh... Cool. Aber, ja, ich meine, dass sie so offen stehen beim Konter, das ist auch schon... Hätte man nicht gedacht, ne? Eigentlich denkt man ja auch immer, so ein Bayern-Spieler kann eigentlich zwei Saarbrücker alleine platt machen, ne? Ja, Rob Scheng wirft sie ein. Schweini hat gut angemerkt, dass diese Fehler im Spielaufbau nur das dritte Mal in Folge passieren. Ähm... War ja auch, glaube ich, eine Einwurfsituation eigentlich, ne? Und dann, äh... Der Ballverlust, dann der Ball in die Tiefe, der dann reinkommt, ähm... Ähm... Auch Tuchel, äh... Wirkte einigermaßen ratlos, hat nach dem Spiel gesagt, es gäbe 100 Gründe oder keinen. Ähm... Wolle er sich noch entscheiden? Oder, äh... Kann er sich nicht entscheiden? Aber ich finde, wenn man es im größeren Bild betrachtet, muss man schon sagen, das ist auch ein... Ähm... Pokalhaus und auch eine Niederlage, die natürlich irgendwie mit dieser dünnen Katerplanung zusammenhängt. Denn... Natürlich musst du es dir eigentlich als FC Bayern erlauben können, in der zweiten Pokalrunde bei den Drittligisten ein bisschen zu rotieren, ein bisschen durchzuwechseln. Und dann aber auch trotzdem nichts anbrennen zu lassen. Und dass das nicht geklappt hat, finde ich, äh... Kann man schon der Katerplanung anlasten. Die ja einfach jetzt auch da spielerverletzt ausfallen. Äh... Die sind möglicherweise mit einer weiteren schweren Verletzung. Ähm... Die gehen auf ein Zahnfleisch. Ich bin ja kein Freund von, äh... Wobei, was heißt, ich bin kein Freund, wir machen es ja ständig. Bayern-Bashing oder was? Nee, äh... Retrospektive Bewertung von Leistungen. Ähm... In dem Falle, wenn man sucht nach Erklärung für etwas, wo es keine Erklärung gibt. Das ist ja das Tolle am Fußball, in dem Falle. Wir erleben das... Kann man aber jetzt auch der Video in die Uhr danach stellen. In den nächsten 15 Jahren nicht mehr. Ne? Wobei die Bayern in der zweiten Pokalrunde relativ zuverlässig mittlerweile. Für sowas sorgen. Nein, das Ding ist, äh... Was wir ja auch gesehen haben, sie rennen 70 Minuten an. Ja. Und sie schießen... Das ist das Tor von Thomas Müller. Das war ja sogar noch ein Glückstor, weil der Kollege Schreiber da vielleicht nicht ganz auf der Hut war. Ich glaube, jeder andere Erstligatorhütter hätte den Ball vermutlich gehalten. Also insofern rennen sie sogar 90, 94 Minuten an und schießen kein Tor. Wenn ich das erste Tor mal jetzt mal einfach als Glückstreffer rausnehme, ja. Aber glaube ich, der Thomas Müller ist selber überrascht, dass der reinging. Ja. So. Und... Ja. Gut, was fällt dann auf? Harry Kane bleibt draußen. Äh... Kommand war ja auch am Anfang glaube ich draußen, ne? Ja. Äh... Kam da noch rein, ne? Ja. Und es gelingt nichts. Und da ist natürlich einmal, haben sie es unterschätzt. Das ist meines Erachtens eindeutig. Und dann jetzt zu kommen, ja, Spielaufbau und da zieht sich was durch und Kaderplanung hier. Der FC Bayern, egal wer da auf der Bank sitzt, ist meines Erachtens auf jeder Position doppelt besetzt und deutlich besser als... Natürlich. Selbst wenn sie noch, wenn sie, wenn sie, wenn sie, wenn sie noch vier Kader mehr hätten. Also das ist, das ist nun mal so. Ja. Und das ist, das ist eben, oh Gott jetzt, ich sag's nicht, ne? Aber das ist eben ein DFB-Pokal, ne? Oh, hat er etwa seine eigenen Gesetze? Nein. Dann hat er eben nicht. Eigentlich hat er das ja nicht. Und gerade beim FC Bayern hatte das ja nicht. Ja, in gewisser Weise hat er sie schon. Ähm... Wann haben wir denn so ein Spiel beim FC Bayern das letzte Mal erlebt? Das ist doch Westenbecks, oder? Ja, schon. Und vor drei Jahren war ja das Spiel gegen Kiel. Also Bayern ist in den letzten drei, in den letzten vier Jahren dreimal in der zweiten Pokalrunde rausgeflogen, ne? Einmal gegen Kiel. Dann gab's dieses 5 zu 0 gegen Gladbach. Und, äh, letzte Saison dann das Ding gegen Freiburg. Das war im Viertelfinale. Also... Die Unaussprechlichen und der FC Bayern sind raus. Ja. Also insofern wird der Pokal natürlich jetzt ein hochinteressanter Wettbewerb auch für Mannschaften, die man vielleicht nicht so auf dem Zettel hat. Voll. Aber bevor wir vielleicht... Zum Beispiel den Hamburger Sportverein. Genau. Bevor wir nochmal die anderen Mannschaften auch mit ins Boot holen, würde ich schon sagen, einmal kurz, dass der Pokal natürlich auch in der Hinsicht seine eigenen Gesetze hat, dass in den ersten beiden Runden der Videobeweis nicht Anwendung findet. Und da muss man schon sagen, dass in der fast allerletzten Szene, wo Gnabry nochmal aufs Tor schießt und sich ein Saarbrücker in den Schuss wirft und der wirft sich nicht rein, um diesen Ball abzugrätschen. Oder er wirft sich halt mit seinem Oberkörper in die Schussbahn und hält den Ball mit der Hand auf. Ja, ja. Das muss man schon auch sagen. Da hat der Saarbrückenschwein und wenn es den Videobeweis gibt, dann wird sich das zehnmal angeguckt und dann steht am Ende möglicherweise die Entscheidung Elfmeter, wo ich auch sagen würde, okay, wenn man die Bilder so sieht, dann kann das auch sein. Aber... Hochinteressanter Punkt. Hochinteressanter Punkt. Entschuldigung, willst du noch was sagen? Ja, ich würde sagen, das gehört halt auch dazu dann an so einem Abend, dann brauchst du als Saarbrücken halt auch wirklich einmal diese Entscheidung oder dieses Glück auf deiner Seite, weil ohne Glück schlägst du auch diese Bayern nicht im Pokal. Also, ich gebe dir 100 Prozent recht, dass der VAR eine Reform braucht. Da sind wir uns, glaube ich, mehr oder weniger jetzt alle einig. Aber dass er im DFB-Pokal, also mit seinen eigenen Gesetzen, mit dieser besonderen Atmosphäre in kleineren Stadien, in Amateurstadien und so weiter und so fort, eigentlich kontraproduktiv, das Spiel wirklich verändert, das steht für mich völlig außer Frage. Weil du hast ja sozusagen so viel Adrenalin. Ja. Und wenn du das natürlich ständig unterbrechen kannst, in dem müssen wir nochmal eine Handentscheidung überprüfen, müssen wir da nochmal einen Foul angucken, ist das eine Abseitsgeschichte, das zieht sich drei, vier Minuten, das kann kein Halbprofi, sage ich mal, oder jemand, der eben dann doch vielleicht einmal, zweimal, dreimal weniger trainiert in der Woche oder auch einfach nicht das Talent hat, so lange kann er die Konzentration hochhalten. Und deswegen glaube ich sogar, dass der Videobeweis im DFB-Pokal zumindest ganz klar dafür sorgen wird, dass der Pokal langfristig nicht mehr so seine eigenen Gesetze haben wird. Und deswegen, ja, könnte man, also da würde ich jetzt mich sogar mal zu der These hinreißen lassen, zu sagen, da gehört er abgeschafft. Ja, und es wird hier gerade auch noch eingeworfen in Bezug auf die Szene, die ich gerade angesprochen habe, dass der Sobrücker wohl vorher auch noch gefolgt wurde, glaube ich, von Kimmich, der ihn zu Fall bringt. Mag sein, aber trotzdem glaube ich, dass wir natürlich mit dem Videobeweis da Diskussionen gehabt hätten. Der hätte sich das auf jeden Fall angeschaut und wäre, wir wissen, dass auch der Videobeweis nicht unfehlbar ist, im Gegenteil, sondern dass es da etliche Diskussionen gibt. Und ich glaube, dass es zumindest hätte sein können, dass dieser Elfmeter gepfiffen wird. Es sind ja nicht nur die Mannschaften, die Spieler, die natürlich bis unter die Haarspitzen, unter Adrenalin stehen in solchen Spielen, sondern auch der Schiedsrichter. Er hat dann natürlich noch mal gerade in diesen aufgepeitschten Amateurstadien eine ganz andere Ansprache, weil die Nähe zu den Fans ist da ja noch mal vielleicht eine andere als im Berliner Olympiastadion zum Beispiel. Und ich glaube auch, dass du als Schiedsrichter auch, wenn du natürlich dich aufs Spiel vorbereitest und du weißt, okay, hier gibt es keinen Videobeweis und trotzdem, wenn du es gewohnt bist, mit Videobeweis zu pfeifen, würde ich behaupten, das verändert deine Art zu pfeifen, weil du weißt, okay, du hast im Hintergrund so ein bisschen diese Bank, du hast so ein Korrektiv, was notfalls eingreift, du hast eine zweite Chance. Und diese plötzlich nicht mehr zu haben, führt, glaube ich, zu einem ganz anderen Verhalten, auch wenn du dir dessen bewusst bist. Aber das sind so Gewohnheiten, die sich dann einschleichen und die die Verhaltensweisen prägen. Deshalb, ja. Wer hätte das gedacht? Wir halten fest, hier bei Elfreunde habt ihr es das erste Mal gehört. Der DFB-Pokal sorgt dafür, dass der VAR nicht nur reformiert wird, sondern in bestimmten Wettbewerben auch abgeschafft wird. So, wer hätte das gedacht, dass wir ausgerechnet bei diesem spektakulären, epochalen Spiel auf so einen Punkt kommen. Aber gut, dass wir es gesagt haben. Haben wir eigentlich alles gesagt? Musst du noch irgendwas zu Marcel Gaus sagen? Oder ich bin da jetzt dann auch nicht so tief drin. Ich weiß nur, dass er ja eben lange beim FC Ingolstadt eine zentrale Rolle spielt. Auch meine Kenntnisse über die Saarbrücker Mannschaft sind begrenzt. Aber ich finde, was man jetzt auch wieder sieht, ist halt auch, und wir sehen es an den Zuschauerzahlen, und wir sehen auch vielleicht daran, dass Deutschland irgendwo schon ein Land der Schadenfreude ist, weil die besten Einschaltquoten hier haben wir irgendwie immer, wenn die Bayern verlieren, wenn Deutschland irgendwo ausscheidet oder verliert. Du meinst hier? Ja, genau, und auch, finde ich, glaube ich, so in der gesamtbundesdeutschen Resonanz kann man das schon feststellen. Also Bayern-Niederlagen sind schon was, wo die Leute sich darauf einigen können. Absolut, und vielleicht kann man diese Schadenfreude nochmal mit Daumen zum Ausdruck bringen, weil da sind wir noch nicht so unterwegs, wie die Zuschauerzahlen vermutlich sind. Also das ist Felix Gropper aus dem Hof. Er stammt ja aus Saarbrücken. Bist du gebürtiger? Nein, nein, er hat da studiert. Gebürtiger Krefelder, aber... Also er hat gerade durchblicken lassen, dass wenn gestern nicht der 1. FC Saarbrücken gewonnen hätte, sondern an den Tag Braunschweig, dann hätte er sich heute krank gemeldet. So ist er halt nur halb krank, sieht aber eigentlich so aus, als wenn er besser zu Hause geblieben wäre. Aber das steht auf dem anderen Blatt. Einen schönen Abend gehabt, das ist auf jeden Fall sicher. Wo warst du eigentlich, wenn ich das fragen darf? Ich habe bei unserer lieben ehemaligen Kollegin Franzi und ihrem Freund und dem neuen Hund von denen, haben wir das angeguckt. Du hast privat also geguckt. Genau. Ich wollte jetzt eigentlich dir rauslocken, wo du dir Fußballspiele anguckst, damit deine Fans am Wochenende auch mal irgendwo in der Kneipe treffen können, wenn du mal wieder deine Rätzung drumherum bekommst. Das fällt hier nicht. Und nicht hier so, weil du auch schülermäßig hier ins Mikrofon säuselst. Ich darf aber verraten, dass der Hund auf jeden Fall nachhaltig traumatisiert ist von meinem Freundenschrei. Das tut mir sehr leid. Vielleicht hat da schon klassische Konditionierung stattgefunden. Immer wenn er jetzt in der Brücken sieht, dann verkriecht er sich in die Ecke. Ja, ja. Aber es ist auch eher ein Hund, der sich katzenartig verhält. Also das ist vielleicht noch ein bisschen... Ein Punkt noch. Entschuldigung. Würdiger Ziel, Trainer des FC Saarbrücken, sagt nach dem Spiel, und das fand ich bemerkenswert auch, und fand ich auch schon bemerkenswert, die Aktion, dass er halt gegen Ende des Spiels offensiv wechselt beim Unentschieden, wo halt dann schon so ein bisschen was auf Verlängerung hindeutet, oder du versuchst irgendwie möglicherweise noch dieses Unentschieden über die Zeit zu retten, um dann die Bayern in der Verlängerung platt zu laufen. Und da hat er ja nachher gesagt, nee, das hätten wir nicht geschafft. Also wir wussten, wir müssen das Ding hier in den 90 Minuten oder 90 Minuten plus X ziehen, sonst wird das nix. Und das so offen zuzugeben und dann auch so zu wechseln, finde ich, sollte auch nicht unter den Tisch fallen. Definitiv, nein. Also da hat er das Spiel gewonnen und das ist natürlich ein hohes Risiko. Also ich würde sagen, wir machen anmaßen, dass ich ein Profitrainer bin, aber das hat man schon gesehen, dass es darauf hinausläuft. Einen weiteren Satz fand ich natürlich super. Die Spieler haben morgen frei, weil wenn sie jetzt nicht feiern, wann sollen sie dann feiern? Und insofern hoffen wir, schöne Grüße nach Saarbrücken. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Abend, eine schöne Nacht gehabt, die hoffentlich vielleicht sogar noch andauert. Wollen wir schwenken auf ein anderes Spiel? Können wir machen. Oder wollen wir hier noch bleiben? Wir werden wahrscheinlich immer wieder darauf zurückkommen. Der SC Freiburg verliert zu Hause 1-3 gegen den SC Paderborn. Meinst du, das verstärkt Christian Streichs Müdigkeit? Nein, ach komm. Also ich glaube, daran liegt es nicht im Moment. Er hat gesagt, Niederlagen lagen am meisten an ihm. Dass er heute mit Sicherheit nicht so gute Laune hat wie Saarbrücker, das ist glaube ich klar. Nur der Pokal ist ja auch immer so ein Wettbewerb, wo sich der SC Freiburg kleine Chancen ausrechnet, vielleicht doch mehr zu reißen. Und man kann ja auch da gutes Geld verdienen. Ja, und sie haben ja auch in der letzten Saison gegen die Bayern durchaus was gerissen. Ja, und es ist natürlich auch eine machbare Aufgabe gewesen, die dann aber sich am Ende des Tages jetzt eben nicht als lösbar entpuppt hatte. Ja, weil Paderborn uns auch wie gewohnt offensiv angeht, wie sie die Spiele unter Lukas Quasenjog eben angehen und mit fast Hurra Fußball nach vorne spielen und dann die Freiburger damit besiegen. Aber ich finde, also ich glaube nicht, dass da in Freiburg deswegen Untergangsstimmung herrscht oder sonstiges. Die sind europäisch gut dabei, die stehen in der Bundesliga okay da. Also werden sie sich vielleicht auch nicht schwarz ärgern, dass sie jetzt nur noch in zwei von drei Wettbewerben dabei sind. Aber Christian Streich hat heute trotzdem schlechte Laune. Wie die Laune von Bo Svensson ist, da mag ich mich momentan nicht reinversetzen. Die Frage ist, wir haben ja gestern ein bisschen kassiert, der Max und ich, weil wir offensichtlich schon zum wiederholten Mal immer darüber diskutieren, ob Urs Fischer noch Trainer bei Union bleibt oder nicht. Da wurden wir von einigen Fans auch belehrt. Wir hatten den Verein nicht verstanden, weil der Verein diesen Trainern natürlich treu ergeben ist beziehungsweise die Fans und deswegen immer an ihm festhalten wird. Wir werden es dann sehen. Bo Svensson ist ja auch so eine Art Institution beim FSV Mainz. 3-0 gegen Hertha. Ich sage nochmal den Namen lieber Max. Haris Tabakovic. Schönes übrigens, schöne Szene übrigens beim ersten Treffer von Tabakovic, den er per Elfmeter erzielt. Diesen Elfmeter wollte er aber eigentlich für Fabian Reze schießen, der schon den ersten Elfmeter verwandelt hat. Aber dann hat der Tabakovic gesagt, ne Junge, komm, lass mich auch mal. Und er trifft. Lass mich auch mal. Und danach, wer ist der erste Gratulant bei ihm? Fabian Reze. Schönes Szenen. Das stimmt auch. Nein, aber ... Ja, sind ja schon so Szenen, die zeigen. Ich will jetzt die Stimmung nicht total in den Keller ziehen, aber ist auch diese ganze Personalie Al-Ghazi da irgendwie ... Ist das ein Thema? Glaube ich nicht. Also der hat ja sportlich vorher keine Rolle gespielt. Es ist natürlich ein Thema, das Unruhe reinbringt und das sportlich irgendwie eine Handlungsoption so ein bisschen einschränkt, die aber vorher auch keine war. Und ich finde, das ist mit Al-Ghazi keine sportliche Diskussion. Das ist ein Sachverhalt, da geht es um die Werte des Vereins, da geht es um Politik, um Menschenrechte, die natürlich auch mit Fußball zusammenhängen, aber nicht mit dem, wie Mainz sich in Berlin im Olympiastadion präsentiert. Vielleicht ganz kurz für die, die es nicht wissen. Der Spieler hat sich sehr klar positioniert im Ostkonflikt und wurde dann daraufhin vom Verein suspendiert. Dann gab es eine Art Richtigstellung, wo er sich dann entschuldigt hat für seine Äußerungen. Und jetzt hat er aber gestern, glaube ich, noch mal nachgelegt und hat gesagt, so wollte er auch nicht verstanden wissen, so ... ... in allem drum und dran hält er daran fest, dass das Leid natürlich nur auf den Seiten der Palästinenser ist und dass das, ja, also auch seine antisemitische Haltung, auch eine eindeutige Sprache, glaube ich, spricht in der Zeit. Also insofern, das ist ein Fall, der wird wahrscheinlich uns weiter noch beschäftigen. Aber bleiben wir mal beim Pokal 3 zu 0. Ist Hertha so gut oder ist der FSV Mainz so schlecht? Oder drückt das Ergebnis irgendwie nicht aus, was da auf dem Platz passiert ist? Doch, ich glaube, es drückt ziemlich genau aus, was wir seit ein paar Wochen sehen. Nämlich Hertha durchaus im Aufwind und mit Fabi Reze und Tabakovic zwei Neuzugänge, die total einschlagen und den Hertha-Fans total viel Spaß machen. Und auf der anderen Seite eben Mainz 05, das sich katastrophal präsentiert. Ich finde, das 3 zu 0 ist da irgendwie aus ... oder sehr, sehr bezeichnend extrem weit weg von den Gegenspielern in der Entstehung nach einem Ballverlust. Dann eine Flanke, wo Tabakovic im Sechzehner so krass unbedrängt irgendwie zum Kopfball kommt und den Ball sowohl dem Verteidiger als auch dem Keeper durch die Beine köpft. Also dieses Tor, finde ich, fasst den Zustand von Mainz schon ziemlich gut zusammen. Und man liest jetzt heute Morgen kein klares Bekenntnis zu Svensson. Ja, es wird ja auch langsam ... Die Ergebnisse sind natürlich schon dramatisch. Nicht nur der Tabellenstand der Bundesliga, sondern auch eben so eine klare Niederlage. Offensichtlich mit wenig Gegenwehr. Passiert da was? Ich kann es mir ... Ja, vor dem Wochenende. Naja, also wenn Martin Schmidt, der Sportdirektor, ist mittlerweile bei den Mainzern eine knallharte Analyse ankündigt, dann weiß man eigentlich schon, in welche Richtung das geht. Also es sollte nicht überraschen, wenn vielleicht sogar noch vor dem Wochenende ... Nur wir haben ja gestern auch hier zum Beispiel über den 1. FC Köln geredet. Da wurde auch gesagt, na klar kannst du den Trainer immer auswechseln. Kann vielleicht auch einen kurzfristigen Effekt bringen. Nur, ob der Kader so gut ist, dass er sich unter einem anderen Trainer aus dieser Misere da befreit. Siehst du das? Ist der Kader deutlich besser als der Tabellenstand aussagt? Bei Mainz oder bei Köln? Bei Mainz. Bei Mainz. Bei Köln ist es eindeutig, dass es das nicht ist. Ja, ich glaube schon, dass bei Mainz ein bisschen mehr drin ist, auch mit diesem Kader. Das schon. Und es ist halt das Ding so in diesen Negativ-Spiralen, in der sich auch Union befindet. Also du brauchst irgendwann vermutlich den berühmten neuen Impuls. Du brauchst irgendwen, der irgendwas ein bisschen anders macht vielleicht, damit es halt einmal anders läuft und der berühmte Knoten dann platzt und der berühmte Bock umgestoßen wird. Und all das Ganze, was natürlich total die Floskeln sind, aber die sich ja im Laufe der Jahre und der Bundesliga immer wieder auch beweitet haben. Gut, wir werden es abwarten. Fassen wir nochmal zusammen. Zwei interessante, spannende Tage beim DFB-Pokal mit einigen Überraschungen. FC Homburg gewinnt, FC Saarbrücken gewinnt, der Hamburger Sportverein gewinnt. Ich kann auch mal zusammenfassen. Wir haben im Achtelfinale nur noch sechs Erstligisten, acht Zweitligisten, einen Drittligist und einen Regionalligisten, glaube ich. Gab es zum letzten Mal wann? Also nicht in genau der Konstellation, aber im Achtelfinale nur noch sechs Erstligisten. Ja, keine Ahnung. 1978, 79. Nee, ist nicht ganz so, aber vor 30 Jahren war es. 92, 93 gab es das schon mal. Damals unter anderem Bundesligisten, die in den ersten beiden Runden ausgeschieden sind. Köln, Hamburg, Lautern, Dynamo Dresden. Der 1. FC Saarbrücken damals, als Erstligist ausgeschieden. Also durchaus eine historische Pokalsaison, schon jetzt. Und die Bayern werden es wieder nicht. Die Leipziger werden es wieder nicht. Das ist natürlich für alle, die jetzt noch drin sind, ganz nett, weil man sich durchaus Chancen ausrechnet. Wahrscheinlich selbst Mannschaften wie Kaiserslautern. Die denken so, ja, lass mal vielleicht mal Leverkusen und Wolfsburg aus dem Weg gehen und Dortmund. Schnelleres Geld zu verdienen. Also wenn du ein gutes Los hast. Hamburger Hoffnung. Vielleicht sag ich nochmal meinen tragischen Helden dieser Pokalrunde, weil man muss auch Jönik Gönne, wie ich so schön sage, Fabian Klos. Oh ja. Gegen den HSV, den ersten Elber, glaube ich, für Bielefeld geschossen und in die Wolken oder in die Fantribüne der Alm. Es waren eh in dieser Runde einige bemerkenswert schlecht geschossene Elfmeter dabei. Weil es ist ja irgendein Spieler, den kann man ja gar nicht unsympathisch finden und dass er dann eben die Verantwortung übernimmt, auch nach so einem langen Spiel, wo sich die Bielefelder ja dann eben auch gewährt haben, da einer derjenigen zu sein, die dann für dieses unglückliche Ausscheiden mitverantwortlich sind. Das ist schon bitter. Wollte ich nur mal gesagt haben, weil guter Typ. Absolut, kann man nichts gegen sagen. Guter Typ, können wir darüber diskutieren, Frank Baumann. Oh ja. Frank Baumann ist insofern ein guter Typ, weil er zieht vorzeitig den Schlussstrich als Manager von Werder Bremen. Er sagt, er hat ursprünglich mal angekündigt, er wolle bis 50 Manager bleiben und dann sich verändern. Und jetzt hat er schon zum Saisonende seinen Ausstieg erklärt. Na gut, aber er ist auch schon 48, also 50 ist nicht mehr ganz so weit. Ja, na gut, es ist aber eben natürlich auch ein festes Gehalt bei einem Erstligisten momentan zumindest noch. Und gut, das Präsidium findet es gut, dass man sich so geeinigt hat. Und vor allem, dass sie frühzeitig ist ja auch ein Stück weit vielleicht zermürbt von dieser Arbeit, weil die Zeit als Manager und Sportdirektor bei Werder Bremen, ja, das ist ja im Grunde nicht, das ist ja keine Ära Willi Lemke, sondern das ist schon eine Ära des sukzessiven Niedergangs dieses großen Vereins, muss man ja sagen. Auch wenn sie jetzt wieder in der Bundesliga spielen, weiß man ja auch nicht, wie diese Saison ausgeht. Aber meinst du, dass Baumann auch sagt, ja, muss man, also er sagt es ja auch, ein anderer muss mal nach acht Jahren, hat er es, glaube ich, jetzt gemacht, muss mal ein anderer ran. Das ist ja auch so eine Wirtschaftsweisheit, dass man sagt, okay, alle sieben, acht, neun Jahre sollte man den Job wechseln. Man weiß ja auch nicht, wo er hingeht, aber dass er sich sozusagen aus dieser Schusslinie, er ist ja nie ein Typ gewesen, der jetzt an die Öffentlichkeit gesucht hat. Er ist also auch als Interviewpartner keine Anekdotenmaschine, sage ich jetzt mal positiv. Ne, wobei ich fand, wir hatten ihn ja auch vor der Saison im Interview. Positiver Typ, freundlicher Typ, sympathisch. Komplett, und er hat sehr offen, fand ich, gesprochen auch über den Stress, der mit diesem Job verbunden ist, dass er auch im Urlaub nie sein Handy ausschalten kann und dass da ständig dann irgendwelche Spielerberater kommen, die ihm noch wen aus der vierten polnischen Liga andrehen wollen oder keine Ahnung. Deshalb finde ich es einfach aus seiner Sicht erstmal einen komplett nachvollziehbaren Schritt jetzt nach dieser Zeit und auch vielleicht zum Wohle des Vereins. Ich glaube, da werden auch wenig Werder-Fans widersprechen, wenn sie sagen, okay, es war jetzt unter Baumann transfermäßig auch nicht alles super und was vielleicht auch die Entwicklung des Kaders über Jahre hinweg angeht, muss man ja auch sagen, dass da wenig passiert ist, dass man gesagt hätte, okay, wir haben jetzt unseren Kaderwert gesteigert oder wir kommen dazu, dass wir Spieler günstig einkaufen und teurer verkaufen und weiterentwickeln. Solche Potenziale gab es jetzt nicht so. Von daher ist es, glaube ich, alles in allem eine recht harmonische Sache, oder? Es ist frühzeitig angekündigt, man hat genug Zeit, einen Nachfolger zu suchen, man wird Baumann nett verabschieden und ich glaube, das ist so ein bisschen so eine einigermaßen heile Welt, Werderlösung. Also ich erinnere mich von, wann war das Jahr des Abstiegs vorletztes Jahr, da musste er sich ja auch auf der Jahreshauptversammlung da gerechtfertigen, er stand ja immer in der Kritik, aber deswegen, ich glaube, das, was du beschreibst, vielleicht auch fühlt er sich ein Stück weit aufgerieben von dieser Zeit, weil er war ja vorher auch ein Profi, er ist dann direkt eingestiegen als Trainee oder was er da vorher war, jetzt ist der Nachfolgekandidat, der gehandelt wird, Clemens Fritz, allerdings sagt das Präsidium ganz eindeutig, wir haben uns eine Zeit gesetzt, in der wir Sondierungsgespräche führen, auch mit anderen, ja, ob Clemens Fritz da der geeignet ist, das müssen natürlich die Verantwortlichen wissen, vielleicht braucht es aber auch mal einen Impuls ganz von außen, also weil Clemens Fritz ist ja auch so eine Werder-Institution, muss man sagen, inzwischen, vielleicht wird es auch mal Zeit, dass was anderes passiert, allerdings ist Werder natürlich auch ein Verein, der eine klare Kultur pflegt, ehemalige Spieler, ehemalige Spiele, wo man auch sozusagen rational denkt, wo man keine verrückten Sachen macht und so weiter und so fort, deswegen bin mal gespannt, wer da der Nachfolger wird, weil ich glaube, durch die Veränderung auch in der Bundesliga, die Veränderung der Kräfteverhältnisse, ist Werder auch immer ein Verein, der war vermutlich eher im unteren, im zweiten, wenn nicht sogar im letzten Tabellendrittel anzusiedeln ist und insofern, ja, das sind ja dann auch Pläne, die man sich, die man machen muss, weil Werder war immer, hat Klaus Adolf schon zu seiner Menge der Zeit gesagt, ein Verein, der eben eher aus einer strukturschwachen Region kommt, also der sozusagen auf die Unterstützung, finanzielle Unterstützung nicht so zählen kann und insofern, es ist auch interessant, das sind ja Stellschrauben, die jetzt auch für die Zukunft gestellt werden bei Werder, wie sich der Verein dann unter der unter der Hand, ordnenden Hand eines neuen Sportdirektors entwickeln wird. Ich bin gespannt, wer da, auf wen da sozusagen dann die Wahl fällt. Ich bin auch gespannt, in den Kommentaren, hier heißt es, Bremen braucht eigentlich mal jemand, der eine sportliche Strategie hat und nicht nur diese interne Lösung, ich meine, ich erinnere mich zurück, Sie haben es auch mal versucht, durchaus mit externen, ich erinnere an den Namen Thomas Eichin, der auch mal in Bremen wirken durfte, war glaube ich auch nicht die 1A-Lösung, retrospektiv betrachtet. Ja, also ich glaube, Thomas Eichin ist ein gutes Beispiel, das ist eigentlich auch ein Mann eher der zweiten Reihe, einer, einer, der eher strukturell denkt und nicht sozusagen, es gibt ja auch so Manager, die du holst, weil sie sich gut von der Kamera stellen kannst, weil die gut was wegmoderieren und so weiter. Solche Typen hatte Werder ja seit Fili Lemke eher nicht mehr und ich weiß gar nicht, ob Thomas Eichin nicht einfach nur das Pech gehabt hat, dass man ihm, dass er vielleicht ein paar natürlich Fehlgriffe hatte bei der Kaderplanung und bei der Organisation der Mannschaft, aber dass er vielleicht dann auch schlecht dem Umfeld zu vermitteln war, weil er dann eben doch nicht dieses hanseatische Norddeutsche hat, in das so ein Typ wie Frank Baumann vielleicht noch ein bisschen eher reinpasst, aber vielleicht, also da war in der Hinsicht meines Erachtens Willi Lemke schon ziemlich genial. Strippenzieher, gut vor der Kamera, rhetorisch geschult, natürlich auch immer so ein bisschen trickser und ein genialer Gegenentwurf damals natürlich zu diesem barocken Uli Hoeneß. und in dem Moment, wo du solche Kräfte, wo du solche Typen dann hast, die sich natürlich einerseits vor der Kamera gut verkaufen können und auf der anderen Seite aber auch noch einen guten Geschäftssinn haben, das passt dann natürlich, aber solche Leute, die gibt es halt leider auch nicht so oft. Und gerade für so einen Verein wie Werder in der jetzigen Situation, wo es eben nicht mehr um die deutsche Meisterschaft, sondern meistens eher gegen den Abstieg geht, ja, bin mal gespannt, wer da kommt. Ich bin gespannt, wer der kommt. Wer der kommt. Wer kommt. Genau, also du hast einen Ohrwurm von Pokal. Ja, hast du nicht mitbekommen gestern, dass nach dem Abpfiff eine andere Version des Spider-Murphy-Gang-Klassikers Kanal im Schwerbezeg lief, nämlich Pokal im Ludwigspark. Ach so, okay. Und von der St. Brücker Band Scharfer Senf, die laut eigener Aussage, ich habe es anrecherchiert, Pop-Rock-Comedy bietet von der schönsten Band, der schönsten Boy-Group des Saarlands und deren Steckenpferd ist es, alte Gasnauer umzudichten und wenn man sich den Songtext von dieser Version von Skandalen im Schwerbezirk anhört, finde ich, da sind schon so ein paar passende Zeilen dabei. Aber du, ich kann das noch kurz rausholen, aber in der Zeit darfst du auflösen, was dein Ohrwurm ist. Na ja, erstmal freut sich natürlich Günter Siegel, der Bassist der Spider-Murphy-Gang- und wieder um neues Geld. Ich finde das immer interessant, gibt es diesen Song auch auf Platte? Weil dann muss Günter Siegel zugestimmt haben, dass er umgedichtet werden kann. Würde mir interessieren, wie er die Bislang findet man ihn auf jeden Fall im Internet. Nein, tatsächlich habe ich am Wochenende eine Dokumentation im Fernsehen gesehen über die Gruppe Milli Vanilli, die in seiner Zeit vollkommen an mir vorbeigelaufen ist. Sagt dir Milli Vanilli noch was? Waren das nicht die, wo irgendwer anders im Hintergrund Wo Frank Farian produziert hat und andere Sänger waren? Das war irgendwie so 89, 90. Damals hat mich das komplett nicht interessiert. Aber jetzt? Und nach dieser Dokumentation habe ich dauernd dieses Ding im Kopf Girl, you know it's true Na, na, na Na, na, na Stark! Hier wurde vorhin in den Kommentaren auch eine Musik-Ecke mit Tim Jungs gefordert. Ach so? Ja, ob das nicht was wäre für sonntags um 20 Uhr? Ich verspreche auch, ich rede nicht über Milli Vanilli, aber fand ich interessant. Ja. Gut, aber hat nichts mit Fußball zu tun hier. Für 1500 Likes machen wir das, Tim, oder? So eine Musik-Ecke. Ja, Like-Wetten. Gebt uns die Daumen und Tim Jungs Wollt ihr auch nochmal drüber nachdenken. Tim Jungs redet so innerhalb des Themenfrühstücks eine 5-minütige Rubrik, wo Tim Jungs über Musik sehe ich. Nein, also wie heißt jetzt die Gruppe, die das, dieses Skandalen im Sperrbezirr schreibt? Scharfer Senf. Scharfer Senf. Genau, und Zeilen sind zum Beispiel da rein, in München steht ein Hofbräuhaus, da schenkt man nur noch Urpilz aus, also das örtliche Bier. Weiter. Oder kennt ihr noch Herrn Nagelsmann, der grinst sich einst und feiert dann. Es wird auch angespielt auf das 6-1, was es mal gab in der Historie zwischen Saarbrücken und Bayern. Also wer sich den ganzen Songtext reinzieht, den ihr übrigens jetzt auch bei uns auf der Seite findet, wird durchaus seinen Hut davor ziehen müssen, dass diese Zeilen offenbar vor dem Spiel geschrieben wurden, weil es gibt einige, die passen. Der FCS war gut trainiert und Thomas Müller angeschmiert. Im Saarland wird gut ausgesiebt. Erst recht, wenn es Verlängerungen gibt. Die gab es nicht, aber... Wie ist unter 32 15-8? Seit 18-4-19-03 ist Saarland in Blau-Schwarz dabei. Okay. Skandal. Ja, ein schöner Skandal, würde ich sagen. Wunderbar. Wir schicken Grüße raus in Saarland. Und natürlich nach München an Günter Siegel und Barney Murphy, die verbleibenden Urmitglieder der Spider-Murphy-Gang. Oder? Absolut. Spider-Murphy-Gang übrigens, machen wir ein bisschen Werbung, sind jetzt auf Unplug-Tour, spielen noch in Berlin. Wirklich? Bist du dabei? Nur, wenn sie die Abwandlung ihres Skandals im Sperrbezirk spielen, nämlich Skandal im Ludwigspark. Ich finde, das wäre eine angemessene... Ich glaube, der Günter lässt sich dazu nicht überreden. Das macht er nicht. Ja gut, dann bin ich raus. Gut. Das war Florian Nussdorfer, der nächstes Jahr selbstverständlich wieder auf dem Oktoberfest auf den Bänken stehen wird und zu Skandal im Sperrbezirk die Hüften kreisen lässt. Davon ist auszugehen. Ich höre mir jetzt noch mal die komplette Best-Off-Platte von Christopher Wiener und morgen gibt es wieder Themenfrühstück, allerdings mit anderen Leuten, die auch andere Ohrwürmer haben. Möglicherweise gibt es dann ja auch heute Abend. Gibt es heute Abend eigentlich Fußball oder ist es halt einfach mal Pause? Irgendwo wird bestimmt gespielt, aber zumindest nicht in den für uns auf den ersten Blick relevanten Wettbewerben. Man könnte ja morgen von den Kollegen einfach mal über... Ja, ich würde sagen, morgen ist Freitag, da kann man schon mal wieder Richtung Wochenende blicken. Da wird dann ja wieder nämlich in der Bundesliga gespielt. Können wir sagen, wer morgen dran ist, Felix? Wissen wir das? Morgen? Ich weiß das, ja. Ja, sagst du's? Tizi und Luis. Also, freut euch auf... Tizi und Luis? Ja. Ja, also Luis ist ja großer Fan von Bruce Springsteen und Tizi würde ich jetzt mal tippen, ohne es genau zu wissen, die ist bestimmt Metallica. All das werdet ihr morgen erfahren und das wird dann... Das werdet ihr morgen fragen, ja. Verifiziert oder dementiert? Okay. Also, macht's gut. In diesem Sinne, bis dann.